Kartoffeln, Tomaten, kommen da noch die Zwiebeln rein? Das kommt da noch mit rein. Das und dann kommen hier auch die Samen noch mit rein. So, das kommt erstmal so. Oder? Das. Samen. Okay. Alter, wir haben zu viel Kram, ne? Wir haben viel zu viel Kram. So. Das Bild da hinten mache ich dann, wenn wir genug zusammen haben, dass ich neu sehen kann. So lange machen wir erst bei der ganzen anderen Kram. Und wie gesagt, Maui jetzt hochkriegen. War das jetzt auch nichts, was ich schenken konnte, ne? Na ja, Hummer. Okay, bis bald. Aber den müsste ich halt erstmal... ...erst einmal fangen. So. 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 Sehr gut. Oh, warum gibt's hier so viel Krams? Rote, lila. Wo ist die? Wie sieht denn aus? Potenzial. Hm. Ich bin hier mal einer. Sie sieht genauso aus wie der andere. Alles klar. Wir kriegen das noch alles irgendwie zusammen. Rufig. Wir brauchen da gleich nur noch das Holz. Gibt's hier aber nicht. Wo steckt denn Maui schon wieder? Wir müssen den schon wieder irgendwo stehen lassen. Yep, da hinten. Maui. Ich glaube, ich habe die aus Versehen weggeschickt, ne? Oh, hey. Hm. Jupp, ich habe die aus Versehen weggeschickt. Egal. Passt. Ich glaube, wir trotzdem hin. Okay. Gleich Stufe 9. Wir kommen voran. Wir kommen voran. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, Remie werde ich dann fürs Angeln mitnehmen. Weil ich dann wieder relativ viel Algen brauche. So. 10.000. Wie auch immer man die zusammenkriegen soll. Okay, Weichholz. Weichholz und Faser nur noch. Nein, mein Inventar ist voll. Dann haben wir kurz verkaufen. Da sind die Waschbären. Hier nicht. Die Steine kann ich mal verkaufen. Das kann ich auch mal verkaufen. Okay. Okay. Ach, das ist Maui. Okay. Hallo, Luna. Geht's dir wieder besser? Hi. Yay. Könnte ich den Löwen? Oh. auch Erkältung? Oder was anderes? Kater. Oh. Okay. Da hat er aber selbst schuld dran. Oder meinst du hier? Katert hier. Gibt ja zwei Kater. Habe ich überhaupt gesagt? Ja. Okay. Okay. Wie gesagt, an dem Kater ist man halt selbst schuld, ne? Hätte man weniger trinken müssen sollen. Also ich muss sagen, mein letzter Kater ist lange, lange her. Lange, lange. Weiß gar nicht. Anfang des Jahres. Zu Silvester. Könnte hinkommen, oder? Hallo, hallo. Wie geht's? Ich hab nichts mehr zu trinken. Ähm. Und ich hab's auch nicht chicken lassen. Ich hab's nicht in einem Stück Du. Kurz der arg war ja Centre mal ab40 Bier. Und als zwei, der sich auslösen. was gibt das lecker habe ich auch noch wahrscheinlich morgen natürlich natürlich ich und es nicht wissen wollen also wirklich ja wir haben den ersten verspielen wir haben den ersten verspielen wie geil war doch der erste ja oh mein gott lange lange habe ich für gebraucht in japan war sperren in einem gewahr ich hab mir auch bestellt allerdings hoffe ich dass es am dienst reinkommt ich weiß es noch nicht ja schön es wäre ja schön wenn es pünktlich ankommt ich habe mir das gemütlich letzten ok mein gott nein das wird wieder nichts ich war so kurz davor rotz und schmutz rotz und schmutz und maus 9 sehr gerne eine stufe noch eine stufe noch ich wollte mal aufprobieren habe ich gesehen dass sie einen controller den ich haben wollte und habe ich mir dann gut gut sehr cool sehr cool brauche mehr holz ich brauche mehr holz brauche ich brauche ich brauche mehr holz ich brauche mehr holz wo war denn jetzt der andere verspär ich habe schon wieder schluck auf da was ist gibt es auch die größe ich bin mir so leichten ich bin mir so leicht ich bin mir so leicht ich bin mir so leicht Ja, und der zweite Waschbär. Oh mein Gott, wir haben einfach zwei Waschbären. Ja, die anderen brauchen noch neun von 41 Tieren. Ich fasse es nicht, ey. Aber wir haben es. Es wird manche Tieren muss ich echt vormittags ran. So schwierig vormittags zu streamen. So, aber wir kriegen es perfekt hin, dass wir Fasern farmen können. Wir müssen nur gucken, dass wir Remy auf zwei kriegen. Was braucht Remy denn? Was braucht Remy? Oh, Knoblauch. Können wir ihm gleich geben. So, erst einmal. So. 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 Wie ich übertrieben habe, hier mit den ganzen Sachen. So. 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 habe ich gedacht ich würde sowieso niemals spielen und direkt wieder abgeworfen aber das ist ein game pass ist das wusste ich das wusste ich ich war auch erst am überlegen okay wo ist mir im game pass aber dann müsste ich den halt wieder abonnieren und nein woher wusste ich dass das spielen wirst irgendwie hatte ich das im gefühl und ich habe hier noch vanille mit der vanille weiß nicht irgendwie ich habe das irgendwie im gefühl frag mich nicht wieso ich kenne mich ein bisschen luna und ein fähnchen hinter mir herz wie auf dem vorlaut des liebes steht na das finde vorlaut sucht war nie raus aber die luchten die sucht wird stärker iron die sucht wird stärker so knoblauch jetzt ist er auf 2 angeln bitte ich bin zwar kein fan vom angeln aber angeln okay so ja jetzt muss ich noch in das obere gebiet also irgendwie ist mir kalt aber habe ich schon mal gesagt dass ich mich in die spiel verliebt habe nein okay dann siehst du es jetzt ich liebe dieses spiel ja so nein habe ich nicht ich liebe es echt ich freue mich auch schon auf das update nein das stimmt nicht ich habe das nie erwähnt ich habe das nie erwähnt sehr 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 oft oh okay na gut dann habe ich es doch sehr oft schon erwähnt Also für alle, die es noch nicht wussten, ich liebe dir das Spiel. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Nein, ich will nicht mit dir reden. Waren das die? Ich glaube. Ja, das waren die. Oh, was habe ich denn da bekommen? Ein Kristall. Okay. So schön hier. Oh mein Gott, ich liebe das Spiel. Das Schlimmste ist, so eine Art Spiel kommt im November auch nochmal raus, aber nicht mit Disney, sondern von Square Enix. Ich bin irgendwie gerade in einer Sucht. Es wird dann nämlich ein Lebenssimulationsspiel mit RPG und so weiter. Da hast du deine Anime Charaktere, mit denen du dann da rumläufst und Sachen farmst und dein eigenes gedönster baust. Das ist voll toll. Habe ich mir auch erst mal vorbestellt. von meinem Geburtstagskill. Von meinem Geburtstagskill. Von meinem Geburtstagskill. Das ist richtig cool. Also, genau. Ja, aber so. Ja, nur besser wahrscheinlich. Nur besser. Dufti! Hallo! Na? Alles gut. Schön, dass du reinschaust. Wir sind am Farmen. Am Suchten. Was habe ich denn jetzt schon wieder gesammelt? Vanille war es. Okay. Hm. Ich bin doch überhaupt nicht in der Sucht. Ach so, die Vogel hatten wir das schon, ne? Ein Kolibri. Weiß ich jetzt alles gut. Das freut mich. Das freut mich. Bei uns auch. Gestern habe ich meine Wut an ein paar Tapeten abgelassen. Beziehungsweise, ich habe durch Tapeten Wut bekommen. Ich hatte einen kleinen Wut. Also, wenn man aggro ist, zieht Tapeten von der Wand. Und verkratzt, besser gesagt. Wirkt Wunder. Boah, ey. Das war gestern echt der richtige Scheiße. Ich glaube, frisches ist da auch ein bisschen auf Abstand gegangen, gestern. Der wollte wieder unseren Vormieter verflucht. Oh no! Wieso das denn? Ja, aber Vormieter können auch schrecklich sein. Ich will nichts gar hier haben. Nein. Nein, Maui. Nein, Maui. Ich will nicht mit dir reden. Das hier waren 15.000, ne? Es waren 15.000. Ich hasse es. Für die nächsten Gebiete. Leute eigentlich den Flur streichen. Aber die Deppen haben die Dübel in der Wand gelassen. Nur mit Abdeckmasse korrigiert. Oh. Oh Scheiße. Ja gut, das ist echt mies. Das ist echt mies. Hat bestimmt auch gar nichts Zeit gekostet. Oh, ich kenn's. Ich kenn's. Bei uns haben sie die Nägel dringelassen. Frutus musste gestern erstmal die ganzen Nägel raus zur Wand holen. Während ich die Tapeten da irgendwie abgekratzt habe. Was da total beschuldig ist, was so Scheißarbeit ist. Mir haben's viele gesagt. Ich wollt's nicht glauben. Doch. Eigentlich schon. Aber ich dachte nicht, dass es so schlimm wird. Ich dachte echt nicht, dass es so schlimm wird. Aber es ist, es war ein Graus. Und ich bin immer noch nicht fertig. Gut, aber er ist in zwei Wochen weiter. So lange muss ich mich gedröten. Aber wie gesagt, du kannst gut Akku ablassen. Wenn es so gut raus ist, außer bei einem Dünen, ist das Gewinne von einer Schraube drin. Ich frage mich echt, wie man sowas schafft. Hm. Mein Vater würde sowas schaffen. Mein Vater hat's auch schon geschafft, einen Bohrer in der Wand zu versenken. Da hat sich auch jeder gefragt, wie schafft man das? Zumal so, wie er's gemacht hat. Das war wohl eine Meisterleistung. Aber gut. Manche machen auch das Unmögliche möglich. Ob ich mal was verkaufen sollte? Hm. Nein, ich mach hier oben das eine. Das Ding ist hier doch fertig. Ich will Maui noch auf 10 kriegen. Und mich auf 26. Oh, wir haben eine schöne Lampe. Oh mein Gott. Ja, aber unsere Renovierungsarbeiten dauern auch noch ewig. Was heißt ewig, aber... Lange. Kann geschehen. Zuerst machen wir mal ein Streaming drauf. Farbe haben wir schon gekauft. Wir müssen jetzt nur noch die Tapete irgendwie abkratzen. Mal sehen, wie lange das dauert. Die Vorbesitzer hatten auf jeden Fall ein Faible für Bilder. Deswegen halt die ganzen Nägel. Sah gut aus. Ja, doch. Ich glaube, es war keine Wand. Ich glaube, es war ein einziger Nagel. Habe ich hier irgendwas? Vanille haben wir. Das haben wir. Ja, ich bin in einer Sammelwut. Bitte sagt nichts. Ich habe mir etwas übertrieben. Oh Gott, meine Mütter. Nein. Moment, wenn man mit einer Nagelwüste oder sein Zimmer tapetiert. Ja. Mhm. Ah, schön. Ach so. Warte mal. Habe ich... Hier sind auch noch Blumen, ne? Okay. Oh, mein Inventar. Mein Inventar. Das arme Inventar. Es blutet. Da ist noch Knoblauch. Bitte kein Kommentar. Da ist... So wie ich mich bei Final Fantasy gebessert habe, ist es hier schlimmer geworden. Ach, älter. Hm. Ich wollte Geld machen. Klappt gut. Ich müll mich einfach nur zu. Jo. Hallo, Kofi. Hallo, Kofi. Hallo, Kofi. Hallo, Kofi. 7200. hat so das erste gebäude könnten wir verbessern das erste gebäude könnten verbessern ist die frage ja okay dagobert in der hoffnung dass er da mehr modeartikel dann auch immer hat oder wir könnten remis restaurant ich glaube das waren auch 10.000 sei gegrüßt nachbar ja remi oder dagobert freundlichen dank für unser haus brauchen wir 20.000 da brauchte nicht nachfragen ich glaube es waren 20.000 warte mal ich kann auch muss ich noch einmal raus wünschen ja ja also wenn ihr wollt kontakt stimmt wie gesagt wir hätten aber das restaurant von remy oder der shop von ihr habt die wahl dürfte ich aussuchen hallo remy Ja ne, ich bin ein bisschen Maui. Ich wollte gerade sagen, hallo Rémi. Rémi ist da groß geworden, ja irgendwie, ja. Ich habe gerade nur gesehen, ah Rémi und dann, oh, ne du bist nicht mehr Rémi. Ist aber groß geworden, so menschlich, ja. Ich weiß gar nicht, wo er lungert eigentlich gerade rum. Ah, da hinten. Da hinten lungert er irgendwo rum. Da, da ist Rémi. Servus. Ich weiß doch nicht, wie man den Blaubeerkuchen macht. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie man den Blaubeerkuchen macht. Bitte nicht sagen, ich will es da rausfinden. Ich glaube, ich. Ja, das auf jeden Fall. Ich gehe mal von außen so ähnlich, wie ich den Dingenskuchen gemacht habe. Warte mal. Achso, ich habe noch Dreamlight. Oho. 300. Nice. Ich gehe mal von außen aus, auch mit Butter und Getreide. Okay. Wir verbessern Rémi. Ihr seid für Rémi. War irgendwie klar. Was frage ich euch auch? Das ist jetzt verhoffensichtlich. Hallo. Ja. Bin da und. Freund. Will ich wissen, ob man danach nochmal aufwerten kann? Ich glaube nicht. Doch kann man. Oh Scheiße. Will ich es wissen. Oh, wie teuer wird es dann? Sei gegrüßt, Nachbar. 25.000! Ohoho. Ich werde... Oh Gott. 25.000. Ich dachte mal... Alter. Okay. Mhm. Klar. Ah, gegrillte Gemüseplatte, Ranch Salat, Rohkost. Äh, was war das jetzt? Rohkost, gegrillte Gemüseplatte. Und Ranch Salat. Gegrillte Gemüseplatte. Automatisch auffüllen. Einmal. Jep. Dann. Rohkost. Wenn man sich das nicht mehr vorstellt. Bei Final Fantasy hasse ich Crafting und Sammeln und sowas. Und ich spiele gerade ein Spiel, in dem man craften und sammeln muss. Da passt etwas nicht zusammen, ne? Also, ich würde das nur so mal nebenbei erwähnen. Hallo? Er war ja nicht, weil ich weiß, dass ich bei dir das wüsste habe. Hey, du! Ich habe auch deine Bestellung. Bist ganz verhalten. Und deine habe ich auch. Oh, Stufe 4. Nice. 500. Da schwebt wieder das Besteck. Mhm. Dreamlight. Alter. Platz für Möbel. 66 von 973. Alter. Gut. Also, dann brauche ich noch mal 5.000. Dann können wir da Goberts aufbessern. Wie viel braucht sie wirklich noch mal für mein Privates? Wahrscheinlich so die 20, ne? Hallo? Ja, 20.000. Hallo? Hallo, hier bin ich. Ja, schön, dass du da bist. Nicht. Nice. Wie weit sind wir bei ihm? Boah. Das dauert. Das dauert. Na ja, in der Zeit können wir wenigstens noch Holz sammeln. Holz. 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 Wie viel brauchten wir hierfür? Einen schönen Tag noch. 10.000. Okay. Freundlichen Dank. Aber der ist nicht ganz so wild, weil wir ja jetzt selber schon einen großen Garten haben. Wir haben jetzt da selber schon einen riesigen. Der ist auch nur noch halb so wild. Spannung. Zahn. Hartz, das brauche ich auch ganz viel. Als nächstes würde ich dann auch wahrscheinlich die Aufgabe von Merlin machen. Weil wenn wir mit ihm dann wirklich die Pilze hier entfernen können, wäre das praktisch. Wir kommen hier auf die andere Seite. Holz. Ich habe übrigens hier noch kein Krokodil gesehen, ne? Außer das, was uns hinterher läuft. Wann auf der einen Seite nicht schlecht, ich habe gerade keinen Hummer. Oder auf der anderen Seite frage ich mich, wo sind diese verdammten Krokodile? Hast du was für mich? Hast du. Sehr schön. Also wie gesagt, wir sind eigentlich gerade nur am Steiner Farm. Und dabei Maui irgendwie hochzukriegen. Bergbau. Ich will sagen, das hat mir ein bisschen nervt. Das hatte ich ja vorhin gerade gesagt, wo ich war halt so, okay, gut. Das passt irgendwie nicht ganz. Hier sammeln und craften ich halt voll gerne, ne? Macht das stundenlang. Ich kann mir schon gar nichts anderes mehr vorstellen mit dem Final Fantasy. Ich denke mir nur so, boah, Alter, nervt das. Ich weiß nicht, hier ist das irgendwie was anderes. Das macht irgendwie mehr Spaß. Das macht viel mehr Spaß. Okay, Donut regt sich auf. Also, Donut, was hast du? Was hat der? Donut, alles gut bei dir? Okay. Mhm. Okay. Eine Diskussion muss ich noch führen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.